Hilfe, der Finanzcrash kommt. Das sagen Crash-Propheten schon seit vielen Jahren und die Finanzwelt steht immer noch, wenn auch wackelig, auf dem Kopf. Aber was ist, wenn doch bald alles zusammenbricht? Das Wichtigste ist, lass dir keine Angst machen. Aber dann fallen meine Aktien ins Boden lose, mein Geld ist nichts mehr wert und... Und deswegen gibt es einen wirklichen Super-Tipp, was du tun kannst, um erstens keine Angst mehr vor einem Finanzcrash zu haben und zweitens für den Fall eines solchen bestens gerüstet zu sein. Bauhelm? Vier Worte. Ah, Schutzausrüstung raus aus der Finanzwelt. Aha, aber wie? Verrate ich dir, wenn du mir folgst. Kost nix, bringt viel. Mach ich und schicke ich auch gleich meinen Freunden, weil die auch sagen...